Dieser schicke Ford Fiesta Titanium EcoBoost könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 EcoBoost Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, auch hinten. Hier sind übrigens die Scheiben abgedunkelt. Das sieht schick aus und ist die Sonne draußen. 16 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fiesta schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Fiesta Titanium und seiner außergewöhnlich guten Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh gut, dass Sie schon anrufen.